was war das denn jetzt ich habe mich gemütlich der jahre ist ich habe ich habe ein paar Kürtel für die Hälfte Bremsen in der Kirche das erbot dafür Funktionen zwar die die ein oder andere der Sockmann kommt in den Räumen und so weiter in die Werkstatt kommen erstellen aber selbst mit Motorpfiff und zu beschleunigen die Städte zu ich habe auch eine nächste werkstatt in vrockler fahr wir nach bockhall setz mal einen punkt und fahr mal vor ja ich war lustig und zähltergang zweieinhalb tausend touren ich versuche beim sieben anzufahren im siebten anzufahren da macht dann tranken er machte auch aber fett an was hat das soweit vordern wirklich im siebten anzufahren der vorm oder aus wer ist an das vortrag war reichlich in dem der in dem der osch einfach so komisch vor mir her fährt das hat er denn da gemacht ich glaube ich auch komisch war mir glaube ich auf meiner spur ich habe nichts zu tun mit dem motor läuft wieder gut indeed meiner hört sich ganz schrecklich an er hat mich daran dass es ein darf ist naja ist normal klingt richtig schön der euro 6 da ist echt schön angenehm ich habe ein euro 5 da ist der klingt schön vom klang her ist ja auch gleichmäßig wenn ich nebenher laufen kannst du wirklich wenn ich mich abschleppen lassen würde würden die mich nach dresden schleppen und da will ich nicht hin die würden die von polen die wollen dich halt nicht da würde ich keine abschleppen wollen kann man nicht auch männer abschleppen ja sicher kannst du auch männer abschleppen gibt sie nicht eine extra bezeichnung für mann um dresden wie was soll denn da er kann ja sein dass es anders heißt kann ja sein er ist jetzt in dresden nein karsten hat sein ansogventil kaputt 15 prozent schaden sofort die werkstatt bitte aufsuchen was 15 ja hinten 15 der lkw 51 der Köln ist zwar in sich zu zwei Jahren er da bin ich ja wie dies ist nicht Spitzenreiter im Moment sieben und zwei jetzt jetzt würde mich nach Bockler und tschüss es sei ein so alt aber dann hat eine Zuschauer nicht so viel zu gucken woher weißt du dass der Dichter hin jetzt ist es in der mädchen in der Meldung drin stehen das ist in der Meldung fahren wir denn jetzt dahin oder was oder soll ich auch da hin dahin teleportieren wir fahren dahin teleportieren das für Noobs ja ich der ne James wir fahren dahin James ja also wir bei uns können die Zuschauer sind wobei ich mich teleportieren lassen würde mein Video kleiner nein du bleibst hier oh guck mal da ist jemand der hat jetzt Zeit sich da neu zu connecten ja der ist jetzt an der Werkstatt und hat sich ausgetimt ich hab mich jetzt vorbereitet und ich hab was zum snacken hier er ist in Frieden ausgetimt ah guck mal da hat er jetzt äh müssen die Spiele neu starten oh ja ja aber du bist ja eh schon da wo du hingehörst wo müssen wir denn hin runter hier oder wat ne ich hab geradeaus glaub ich warte doch mal ja aber nein nur weil ich so langsam bin ne ich muss doch geradeaus oh Gott sei Dank er ist eh schon dran vorbei wie ich in den Punkten sehen kann man hätte aber noch wenden können die da drauf glaub ich ja die da drauf also die ist noch ne Weile wartet ihr mal also fahrt ihr mal ein bisschen bisschen langsamer ja warte Funzel fahren Blinker so ich verachte ich jetzt ja das reicht schon ich fahr auf 110 hohoho ich freu mich so dann machen wir mal den hier boah legt n Sandwich ich hab jetzt echt hunger ich müsste echt jetzt was essen wenn ihr vorne seid ihr könnt euch wieder losfahren glaub ich mhm ne ich bleib jetzt bei 80 ja komm mach mal 100 das braucht nur ein bisschen Carsten ich kenn das aus Erfahrung ja das äh boah beschleunigt der ist ja der Wahnsinn da blinkt jemand waren ja und funzelt die ich gar nicht die Funzel weil die auch nur hinten dran ist am LKW als Anhänger nicht nicht obendrauf das ist ja voll langweilig dass mein Video größer Maß das ist dann geht es um und schütteln da ist jemand ausgeteilt der Kronensturz nur besorgt hallo Leute wir müssen abfahren nach dem die nach dem Ding nicht abfahren also neuer war nach dem den da halt so mal woanders den Baujahr Jahren und dann los und dann rechts oder links Prozent die Brücke durch also rechts glaube ich er hatte durch das Tod der Brücke durchkommt Brosschland an der Wiener hallo 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 da hallo Leute das ist das ich kurz mal nachschauen muss ja moin Leute Julian ja muss man ja bevor man abbiegt du bist schon halb abgebogen gewesen du standst schon auf beiden Spuren echt schon ist macht aber das tut immer leid wir hatten immer noch blingen das kann schwer transporte oder brauchst du begleitfahrzeugen können wir können wir können aber da kann er zur guten begleitfahrzeug sein mit gelben Funzeln drauf überholverbot überholverbot und da darfst du aber auch nur so 50 fahren ich hab das ja mal versucht ich glaube da wirst du rausgeschmissen wenn was ja diese gelben Funzeln sind glaube ich nur für die Admins oder irgendwie sowas war da ne das ist die eine Lackierung war nur für die Admins glaube ich und du darfst keine Fracht mehr mit annehmen was passiert denn da dann bist du gekickt ja aber im Prinzip ist es ja wie ein Truck eigentlich mhm 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 Volvo hinter entdeckt und ich bin trotzdem schlagsig oh da war rot oh da war rot das tut mir aber leid kann ich hier folgen auch was mit Rotlicht mehr das kann ich vor dir Clickbait mhm Rotlicht mhm haha lustig haha nee das soll doch nur Clickbait sein du bleib auf deiner Spur ah ihr seid ein paar hundert Meter entfernt ok bleib auf deiner Spur bremst doch nein dann hab ich ja nichts verpasst oh oh soo da hinten ist er pfff scheiße wie scheiße ich hab Jürgens Bagger angebaggert gewonnen ooooh Bagger angebaggert wo fahrt ihr lang ich wollte nicht ach seid ihr blöd ich fahr zur Werkstatt seid ihr blöder ja warum sagst du sowas zu uns ist auch verletzend auch Wörter können verletzten mhm ich weiß zwar jetzt auch nicht warum wir blöd waren wir sind nämlich jetzt schon da und du nicht ist ok ja ich sag's ja nur noch mal ne mhm er tritt einfach nur noch mal nach mhm also wir sind schon da ja ich bin äh hier schon länger ja aber wer wer früher kommt das ist nicht unbedingt immer das muss ja nicht mal besser sein kannst ne ich hab ja gesagt wir sind da nicht ne ne mhm mhm aber ich bin da wo ich hin wollte ist auch schon wieder kann man auch schon wieder mhm Jürgen warum fährst du in mich rum mhm wobei wenn ich jetzt meine Automatik wieder reinmache dann hab ich den Vorteil dass ich eine Hand frei hab ach du Scheiße also zu essen natürlich wer warum zeigt mein Navi eigentlich nichts an ach so weil das noch nicht gecheckt hat was denn kleine Vordringer wo müssen wir denn jetzt lang links links ja das will ich mal was essen ey das finde ich nicht okay nee ganz kalt so ich habe gerade beschlossen wir machen turn on red das habe ich das habe ich schon was zu essen da und jetzt ja warte wir müssen hier Terminfrafen aller Herren Länder und so ne mhm in der Reihe kann deswegen fahren wir auch nachts ja ich bin ich bin ich bin ich so bezeichnet hat uns Mikrofon Kastenau Kugel und Nürnberg Nürnberg das ist wie wir den Stimmverzehrer ich bin ganz hinten durch und dann rechts ab hinten durch ja ich muss euch das ja nicht sagen der Navi richtig wir werden uns da die Punkte ich habe die Ura hat 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 und danach liegen lecker wo ist in der Jurgen irgendwo hinter sich und bei der Werkstatt und ist um die Ura hat wir haben mit Schalter oder Automatik oder ist das cool die Brücke ist blau leuchtet auch die Brücke so immer ich bin nicht blau nein ich bin gar nicht blau ich glaube die Brücke ist ich glaube die Leuchte die Brücke ist die Leuchte blau weil die blau ist aber die ist angeleuchtet und deswegen leuchtet das blau das ist ein blaues Licht und das machte es reflektiert nur das Licht was bei ihr ankommt wo seid ihr auf der Brücke auf der Brücke hinter der Brücke am Bagger hat Sache da ist ein Bagger ne eigentlich ist es ein ne Bagger heißt es ja eigentlich nicht ne es ist ein ähm sogar eine Schokolade Raupenlade hat leider eine blaue Brücke hallo Carsten ähm du bist gemein hm oh Schokolade du hast mich ausgebremst du hättest sowieso bremsen müssen um abzubiegen ja aber nicht so stark ne dann wärs so umgefallen und dann wäre es kein groß gewesen mh mm nr Carsten will echt nur auf mich warten glaube ich mhm ja wer den einsammeln anten vinyl assured wär ne wahrscheinlich den Warnblink zeichn noch blinken würde wenn du den Warnblink kannst ja mach das doch ne das das wenn du den Warnblink kannst du machst? dieser rote Warndreieckknopf Achtung Mautstelle und der noch blinken würde rot wenn du das Warnblink kannst ja mach das doch ne mach der nicht warte mal ich mach das nicht achtung maut still nehmen auch da gar nicht cool macht er gar nicht das ist gar nicht kommt ihr überall oder soll ich wahren er war gemacht bin hier an der mautstelle jetzt der du die anderen beiden hier noch dritten durch den Kasten der 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 Kassen ist ja auch vor allem 16 Uhr der vom Schneller ich bin voll auf dem Markt und ich esse jetzt ist es noch bei die Kammer die Mara links 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 direkt sagt bevor es jemand ich habe den jahrtag erschrecken drecksack man überholt die umstand streiten hört sich nicht stimmt man wird trotzdem genug ich habe das noch nie gemacht die tuch ich bin auch kein autofahrer oder james fängt gerade bei mir anders zu lenken hier die fahrt nur vorbei und james ist gleich weg ubert der james ist time doubt er ist jetzt stehen geblieben dann streiten die vorteil dass ich essen kann momentan dort achtung ich habe gebremst für denjenigen die auch immer hinter mir waren also ich sehe nehme zu leuchten ja ich weiß der josh aber nicht zum beispiel dem kann er ja nicht weil ich stehe dazwischen die Sierstraße ich wollte euch theatralisch sein das war gut 200 Meter ja dann fahren wir doch einfach mal zu dem Parkplatz in 200 Metern cool die feine Außenansicht Tor da der Endeffekt ist Krieg hier noch Anteile Moment ich verstehe ich gar nicht aber das ist ein Ding im Parkplatz oder kann man schon parken ja ist auch ein Parkplatz ja das können aber auch auf einen Park hindeuten in dem man spazieren gehen kann jetzt hat der schon wieder hier ja der hält immer gern sein Rüssel irgendwo rein grrr ich mach mal mein LKW aus ja hast schön leise hier drauf weil er auswischt weil er auswischt ja er hat Vögel gesagt ja aber er hat nicht Vögeln gesagt ja es hat ja Vögeln gesagt jetzt hat er das Tatsache gesagt ne Tatsache hab ich nicht gesagt du hast Tatsache gesagt wir können aber auch bei Kursitsche fahren wo sind wir denn jetzt dann hin auf der Autobahn Vorklav gibt's nicht auch ne Vorklav Karte für Omsi keine Ahnung ja doch die gibt's auch muss da rein liegen dass es Warschau heißt ja